Willkommen zurück bei Next in Fashion. Meine Hose ist gerissen. Ich stehe sie für dich. Hat jemand eine Sicherheitsnabel? Es ist um die Hose zu gehen! Und am Ende... Gewinnt ein Designer... Einen Preis, der sein oder ihr Leben verändert. Hier dreht sich alles um Übertreibung und Verspieltheit. Ich will gewinnen, also werde ich es schaffen. Ich mag Perfektion und Drama. Das bekommt ihr von mir. Das könnte euer Leben verändern. Kreiert werden die nächsten... Ikonischen Modetrends. Alles unter den wachsamen Augen der Moderoalty. Donatella Versace! Also mach mir Druck, ich bin bereit. Ich will etwas Besonderes. Oh mein Gott! Also, ich will Schönheit. Es ist schwierig, wenn sie echte Blumen verwenden. Es soll übertrieben sein. Ich liebe es. Können wir fragen, ob ich das haben darf? Gedankenblitz. Do yourself a favor and get out my way. Get out my way! Das hat Ausstrahlung. Großes Kino. Denn ich werde nicht verlieren. Wir sind nicht auf der Suche nach dem, was gestern im Mode war. Wir sind auf der Suche nach dem Next in Fashion. Da fällt mir die Kinnlade runter. Toll! Ich liebe es. Ich liebe es. Untertitelung des ZDF, 2020